Echt herzlich bedanken möchten wir uns bei der SW Geishin, die diese Aktion ins Leben gerufen hat. Nur durch euch ist es möglich geworden, dass wir eine Reha jetzt richtig ins Leben rufen können und dass die Basis steht. Natürlich hoffen wir, wie Luis sein Motto ist, wir werden niemals aufgeben und werden kämpfen und ganz besonders haben uns gefreut für die sozialen Kontakte, die entstanden sind, die sich bei uns gemeldet haben und die wir auch gerne pflegen und freuen uns auf weitere Kontakte, die entstehen werden und noch weiter entstehen. Vielen, vielen Dank, ihr seid super. Wir hoffen, dass die Therapie den gewünschten Erfolg bringt. Wir kämpfen weiter für Luis. Wir waren selber auch total begeistert, welche Resonanz die ganze Spendenaktion hatte und freuen uns mit der Familie. Wir können uns doch mal nur bei euch bedanken für die mega Unterstützung. Vielen Dank. Hallo, ich bin Luis Höfler aus Feuerscheid und ich würde mich bedanken. Vielen Dank. Ich werde bald laufen lernen und ich werde alleine laufen sein. Ich gebe es niemals auf.